Hallo liebe Ochsenfurter, mein Name ist Felix von Zobel, ich bin 26 Jahre alt und wohne im überschaubaren Darstadt. Ich bin Landratskandidat und Vorsitzender der Kreis-UWG. Ich möchte mich aber nicht nur im Landkreis, sondern auch hier in unserer Heimatstadt Ochsenfurt als Stadtrat einbringen. Von den UWG-Zielen setze ich mich allen voran für das Stadtmarketing der Altstadt sowie der lebenswerteren Gestaltung unserer Ortsteile ein. Daher bitte ich Sie bei den Kommunalwahlen 2020 Ihre Stimmen für die UWG zu geben, denn wir bleiben dran für Ochsenfurt. Vielen Dank!